Jo Leute, da war's gedacht, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der COD Woche. Heute kommt ein Live Commentary der COD Woche. Gönnt euch das auf jeden Fall, ist sehr spannend geworden und auf jeden Fall richtig krass und lustig. Auf jeden Fall gönnt euch das Video, lasst eine Bewertung da und ich wollte mich nochmal bedanken für die Bewertung für das Welche Waffe bin ich Video. Das hat euch auf jeden Fall gefallen und ich hoffe, die positive Bewertung lässt sich auf diesem Video auch übertragen. Und danke nochmal und viel Spaß mit dem Video. Haut rein, tschüss. Ich mag jetzt easy 40 Kits, ja? Ja, du musst es wenigstens 20, 25, 30 auf jeden Fall machen. Wenn ich meine 50 habe und du wenigstens deine 25, dann sind es ja schon 75, das ist ja... Wenn wir schon zu 70 Kits kommen, wäre ja schon heftig. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, aber 80 ist halt mega viel, die Gegner dürfen nur 20, also Teammates dürfen nur 20 Kits machen insgesamt. Ja, das ist, äh, ne? Deswegen, klasse, immer mit schnelles Magazin, Magazinerweiterung und richtig durchschießen. So, ich renne jetzt direkt rein in die Olga. Oh, da ist noch einer. Oh, Digga, das sind übelst die Schwitzer. Wenn ich schon sehe den Namen Venom Rush. Ja, mir ist gar keiner. Ja, ihr läuft ja auch alle außen rum. Ich gehe rechte Seite um Mitte. Ich dachte, wir teilen uns das auf. Ey! Digga, hinter dir! Ja, wusste ich nicht. Ich habe oft bei mir, mein Marker hat mir nach vorne angezeigt. Mein sechster Sinn. Mein Mann. Ja, wenn der Marker sagt, vor mir, dann gehe ich nach vorne. Ich weiß nicht, wer ist denn noch richtig gut ans T.O.D.? Weil mit denen müsstest du das am besten machen. Hinter mir! Oh, ich muss weg hier, Bruder! Sag mir mal, welche sind. Ich bin kurz raus, Fik. Okay, der. Genau. Hier sind wir aber auch nochmal richtig hier oben in diesen Sniperposten. Hat der mich geboxt. Digga! Oh, den wollte ich gerade holen. Geile Nummer. Komm, let's go! Ja, schön mit schnellem Magazin, Junge. Rattern, richtig gut. Schupe los. Let's go. Let's go. Ab ihn. Hab sie erlebt. Let's go. Kills machen, ich. Hatch? ULV? Streaks machen, richtig gute Arbeit. Digga, guck mal, was meine Streaks machen. Richtig, rasieren, Junge. China Strich und voran. Oh, aber richtig, Digga. Hab gleich die nächsten Streaks. Man, lass mich mal hier den Spawn, bitte. Geh mal bitte weg. Kann ich wenigstens noch nuklear machen. Oh, die spawnen hier immer wieder, meine Team jetzt. Jetzt schon. Counter ist raus. Ja. Wo sind sie denn jetzt? Orbi. Ich brauch's dir aus. Oh, mein Gott. Ich hau jetzt Streaks erstmal nicht raus, oder? Soll ich raushauen? Oh, jetzt bin ich tot. Ja, von mir aus, hau raus. Quitt noch eh. Ah, ich hab gleich Nuk. Nee, doch nicht. Ich hau nicht raus. Dann was? Dann machst du wenigstens Nuke. Live nuclear auf Gauntlet, Alter. Hast du noch ein Orbi, oder? Ich hab gar nichts gerade. Ich muss grad selber. Weil ich keine Gegner mehr finde. Okay. Hinter mir. Oh, mein Gott. Ich bin so am schwitzen, Digga. Merk. Ich muss weg, ja. Ja, kommen wir schon in den nächsten. Hier sind auf jeden Fall noch drei. Zwei. Einer. Hat mich. Oh, mein Gott. Oh, shit. Nein, Digga. Er holt mich. Codes von Nuklear, Digga. Ich hätte nicht pushen dürfen. Nein, Digga. Warst du leider zu gierig. Ja, leider. Ich kann mit den Digga nach rein, Alter. Oh, mein Gott. Let's come. Ah, schade, einer noch, komm. Ja, nice. 52 Kills, wenigstens mit dir zusammen. Sind 60. Äh, sind 66 Kills. Ja, egal. Kann meine Aktion. Ja, egal. Trotzdem ein heftiges Live-Kommentary. Wenn's euch gefallen hat in der COD-Woche, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Fast für die Nuklear. Leider eins vor, da ist noch ein Schwitzer reingegangen und der hat mich geholt. Marvin hat das Schlusswort. Echt schade. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.